Ich heiße Pia Rolf und absolviere hier bei PwC eine Ausbildung zur Kaufrauf für Bürokommunikation. Diese Ausbildung heißt seit diesem Jahr Kaufrauf für Büromanagement. Ich bin im ersten Lehrjahr. In meiner Ausbildung hier durchlaufe ich verschiedene Ausbildungsbereiche. Zum einen sind wir in der Assistenz tätig, also zum Beispiel im Sekretariaten, aber auch im Personal- und Rechnungswesen. Derzeit bin ich im Talentmanagement eingesetzt. Das ist ein Personalbereich von PwC. Ein großes Unternehmen wie PwC hat seinen Reiz. Die Menschen sind so nett, dass man hier gerne im Team zusammenarbeitet. Auch technisch bekommen wir hier die beste Ausstattung. Wir haben am ersten Tag ein Notebook ausgehändigt bekommen, mit dem wir uns an jedem Arbeitsplatz ins System einwählen können. Außerdem können wir mit unseren Telefonanlagen internationale Telefonkonferenzen schalten. Durch das Blocksystem der Betriebs- und Berufsschulphasen bekommen wir theoretische und praktische Fertigkeiten vermittelt. Außerdem trainieren uns externe und interne Coaches. PwC bietet mir die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Ausbildung innerhalb kürzester Zeit zu machen. Und ich kann dieses Unternehmen mit dem extrem guten Ruf als Sprungbrett nutzen und als super Einstieg in mein Karriereleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017